Mh Da geht mir direkt wieder Stress auf die Eier Ah So, und einen töten. Ah, der, einer ist ausgewichen. Der, der hätte sterben sollen. Oh, den Quatsch. Ist ausgewichen. Dann bringen wir halt alle an. Stöhnt halt jetzt einer. Pistolen-Schuss eigentlich auf den. Fünf bis neun. Fünf. Nein, nicht ziehen. Schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Sehr gut, die kann so weit brauchen. Das ist gut. Und hier plus ausweichen erstmal geben. Schön. Stecks ausweichen, plus Traggeschwindigkeit. Nice. Aber auch so weit ist trotzdem nicht. Blut-Widerstand ist niedrig. Dann darf man die doch blüten. Drei Schaden. Flitzen durchsinnig egal. Kann eh nur auf den gehen. Mit der. Mal heilen hier, meinen eigenen. Damit ich auch schön neben oben bleibe. Dann heu ich dem eine rüber und der ist nicht betäubt. Der andere stirbt jetzt. Sehr gut. So. Und so tut es auch wieder. Hoffentlich. So voll. Und du heilst mal den Knuffi. Aber hier könnte es nicht passieren. Na doch. Gifthoff. Wahnsinn. Die anderen ist er glaube ich so irgendwie tot. Ja. Es ist der Tod auf jeden Fall. Blut-Widerstand ist der Weapon that cuts on its own. Oh. Blut-Widerstandsring. Plus 100% verbrauchte Nahrung plus Max LP minus 4 ausweichen. Der ist aber nicht so ein geiler geiles etwas. Alter Baum. Ah, giftige Saat. Okay, also Gift muss ich benutzen. Okay, da passiert aber nicht viel, wenn ich maximal Bleid habe. Ähm, muss ich denn jetzt draufklicken? Ist irgendwie die nächste Seite. Hä? Ah, da. Das ist der geheime Raum. Oh, altes Alter. Also verknültig. Nicht verknültig. Das war ein beschlossenes Fach. Habe ich leider nicht. Chance auf Betäubungsfähigkeit. Aber trotzdem ist ein bisschen was ist besser als nichts. So, die haben wieder Gift-Widerstand. Also flitzen die Deutsche. Grape Shop Laugh. Das ist ein bisschen Schaden hier direkt mal verteilt damit. Das ist schon ziemlich krass. Oh, ein Crit auch dabei. Die sind schon ziemlich low jetzt alle. Oh, oh. Was war das denn? Lethargie? Wir wissen, was das ist. Oh, ah. Gift-Hauchschwahl. Ist das okay. Oh, fuck. Hä? Haben jetzt beide Lethargie? Lethargie. Minus 4 Geschwindigkeit. Wir haben sie beide. So, gegen Gift. Will ich das jetzt schon benutzen? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe, ich verbrauche. Ne, ich verbrauche ihren Ding ins nicht. Plitzen die Deutsche. Sehr gut. Zack. Und so, Leute, mal Baffen hier. So, du musst leider mal hier ihn halten. Sonst wird das lange ein bisschen knapp mit unserem Bubi. Gibi. So, ein Crit, Mann. Ah, nicht gut. Wollte markieren. Ne. Kacke. Das kann der jetzt nicht krass Schaden auf den machen. Was mit denen da raus, da hinten? So, heilen. Hier. Gubi. Kritische Heilung. Nice. Das hilft. Ich brauche eine Bandage. Ne. Geht schon. Du kommst zurecht. Glaub mir. Blut 0. Oh. Okay. Blutest du jetzt. Und damit stirbst du. Und du auch. Bam. Kill of Striking and Force Witch. Das nicht genügend Platz. 250. Das Ding ist total behindert. Das will ich nicht mitnehmen. So, was ist das? Abscheuliche Altar. Weihwasser. Endlich lacht uns das Glück. Tick entfernt. Ich habe irgendwie einen Tick entfernt. Nice. Das ist gut. Das wusste ich noch gar nicht krass. Ja, da ist der Bosskampf. Genau. Da will ich hin. Und wir spielen die B-Sid-Creep. Funktioniert. Geiler Kampf. Ob plus 10% von Fallen. Minus 5% der Handelsstress hintermacht. Gürtisch schnall des Herumtreibers. Nur Wegelagerer. Bist du ein Wegelagerer? Bist du ein Wegelagerer? Du bist Wegelagerer. Stein des Ausweichens. Können wir das ihm geben? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber plus 4 ausweichen und plus. Das will ich eigentlich schon mitnehmen. Das ist ziemlich stark. Ich meine, ich habe hier noch jede Menge Essen. Dann hier. So. So. Plus 4 ausweichen. Minus Geschwindigkeit. Hier. So. Zack. So. Und dann kriegst du das. Plus ausweichen. So. Perfekt. Viel besser. Die Ausstellung. Knuffi darf nochmal die Kiste aufmachen. Da sind immer gute Sachen drin. Nehmen wir mit. Die Büste können wir nicht mehr mitnehmen. Ich weiß gerade nicht, wie dringend wir Büsten brauchen. Schauen wir es auf Betäubenfähigkeit. Minus ausweichen. Das geht mir eben einfach so und dann kann man es auch mitnehmen. Auch wenn es nicht sinnvoll ist an der Stelle, ihm das zu geben. So, auf geht's zum Boss. Nein! Ich brauch drei. Oh, fuck. Jetzt ist der Spaß bei 100. Fuck. Diese Gegenstand zeigt keine Wirkung. Gegengift? Diese Gegenstand zeigt keine Wirkung. Bei Wasser? Hier ist Gegenstand keine Wirkung. Äh? Ach, wahrscheinlich kann ich es verbuddeln, wenn ich eine Schaufel habe oder so. Na so, auf geht's zur Hexer. Ich hoffe, wir müssen sie diesmal hinkriegen. 66 Leben müssen wir mal durchkriegen. Bistollenschuss. Bistollenschuss. Ich will nur auf die. Trägt mir Acht rein drücken. Zieh. Gift bluten könnte man mir ganz gut, wenn man bis dahin kommt mit Bluten. Das weiß ich gar nicht. Kommst du mit Bluten bis dahin? Nein, kommst du nicht. Okay. Also. Durchwurf. Ab in den Topf. Mein Heiler. Na klar. Kann ich halt nichts dagegen tun. So, das könnte ich versuchen, dich da rauszuholen. Das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Dann haue ich lieber dazu, glaube ich. Fleischklopfer. Ja, er tut weh. Pistollenschuss. Fünf bis zum Augen ist halt nicht so viel, aber acht geht schon ganz gut. Ich habe schon die Hälfte durch. Ist eigentlich stumpf draufhauen gerade. Ich koche. Ich hätte eigentlich die Flitzen in Deutsch machen können, hätte ich sie und den Topf getroffen. Denke ich. Perfekte Würzeln. Ich hoffe, dass der Heide überlebt das. Das wäre echt geil. Ich frage mich, dass ich eine Schwelle totesuche bin. Damit kommt er jetzt raus. Aber da muss ich aber an der falschen Stelle. Ab in den Topf. Ah, der hat bis zum meisten Schaden gemacht. Das ist ein bisschen doof. Aber wir sind bei 17. Es sind auch noch 9. Weder eins noch das ankläben können. Noch zwei. Fleischklopfer. Nein, nicht Todesstoß. Oh, sehr gut. Todesstoß wäre kack gewesen. Ich kann von da aus nicht ankläben. Das ist das gleiche Problem. So ein Shit, Mann. So, aber jetzt. Jawoll. Sehr gut. Geschafft. Ja. Gift auf Fähigkeit. Minus Geschwindigkeit. Gewöhne. Ich chance auf Betäubenfähigkeit. Ich habe nicht mal gelagert. Bei dem Ganzen. Ich habe einfach. So ohne Lagern gemacht. So, erster Boss geschafft. Abgehackt. Geil. Mit dem Haufen Essen, das ist übrig, weil ich nicht gelagert habe. Sehr gut. Weiter. Und alle Rang 3 geworden dadurch. Syphilis. Toll. Merse will ein Abenteuer. Blutrunstig. Neuer Tick, Liebestoll. Du musst du. Die, jetzt will ich immer Vögel. Behinderter Typ. Was habe ich 3 Stufe 3 haben. Das ist doch mal eine Ansage hier. Die sind dann doch schon mal ein bisschen stärker hier endlich mal. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Nach Stress sortieren. Nach Stress sortieren. Flacker. Du musst also. Mal wieder. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht auch nicht. So. Jetzt kannst du von mir aus auch ein Spielhalle gehen. Das wird teurer. Auf höherem Level. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Der will nur beten oder wat? Davon du darfst nicht meditieren. Ach so. Das wird teurer. Auf höherem Level. Das ist natürlich kacke. Hm. Was hab ich denn hier. Ich hab immer noch kein Aberläster. Das ist eigentlich der Fernkämpfer, Mann. Oh Schmied. Mir fehlen die Porträte. Ne. Hier die Urkunden. Ausbildungsprogramm. Für ihn die Ausbildungskosten. Was kann ich denn mit so vielen Wappen wieder machen. Irgendwo gab es doch was, was richtig viele Wappen gekostet hat. Ne, das nicht. Hab ich die Porträts letztens verschwendet. Äh ne, die Urkunden verschwendet. Das kostet richtig viele Wappen, aber da brauch ich mehr Porträts. Deutlich mehr Porträts. Um Stufe, Fähigkeit Stufe 4 freizuschalten. Ah, hier brauch ich einfach nur Wappen. Okay. Ich kann die ja immer ein bisschen aufgreinen. Upgraden. Ja, würde ich sagen, nur noch zack, zack. Ein Mann in einer Raube. Klammung mit der Divine. Wahnsinn. So. Aufregend die Behandlungskosten. Hätte ich vielleicht wieder vorermachen sollen. Ich wollte Rollen. Und Kompagnos. Die Rache des Lebens. Die Behandlungskosten von Krankheit um 13%. Würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen, machen wir mal. So, was habe ich denn hier? Fleckenfieber und Bulimisch. Du musst auf jeden Fall mal hier ins Sanitarium. Ja. So. Was hast du? Langeweile und soviel ist du bist der nächste Knovi. Hier. Zack. Lethargie. Ich würde sagen, das war es erstmal, oder? Ah, hier entsteht zu sagen was, wenn du weiterspielst. Das ist ganz gut. In time, du wirst du wissen, die tragische Umstände von meinen Verlusten. Pfad ist vorform, okay. Achso, ich habe ja die angenehme Untersuchung der Hexe. Äh? Ich habe viele rarer und elusive Volumen auf älteren Herbal-Properten und war setzten, um mehrere Wochen in eine komfortvolle Studie zu genießen. Mein Arbeit war aber auch unterdrückt, von einer singularly strikenden jungen Frau, die aufzuhören, auf regelmäßige Beispiele zu das Haus. das problem dabei ist ich habe noch einen anderen leichten bus nicht töten sollte wenn den kommanden leerlingen muss ich mir jetzt neu zusammenbauen stufe 2 helden die das hinkriegen das bisschen dumm aber naja was soll's